Musik Unser Klassiker. Mit diesem Rad hat alles angefangen. Das Babu Big. Eine Ikone auf drei Rädern. Für Eltern mit großen Plänen. Es ist robust und bietet Platz für vier Kinder. Oder ein paar große Einkaufstaschen. Für noch mehr Platz lassen sich beide Bänke einfach hochklappen. Das Big gibt es auch als E-Bike. Das Big E. Mithilfe des Hinterradmotors fährst du komfortabel. Es spricht direkt an. Perfekt, wenn du lieber nicht zu schwer in die Pedale trittst. Das Big E hat eine Kettenschaltung. Damit wechselst du in kleinen Schritten zwischen sieben Gängen. Auch das nicht elektrische Big hat eine wartungsarme Nabenschaltung mit ebenfalls sieben Gängen. Zurück zum Big E. Es hat hinten eine Scheibenbremse, mit der du immer kraftvoll bremst, bei allen Witterungsverhältnissen. Das nicht elektrische Babu Big hat hinten eine zuverlässige, wetterfeste Rollenbremse. Die Rollenbremse ist der Nachfolger der Trommelbremse. Sowohl das Big als auch das Big E haben vorne gut dosierbare Trommelbremsen. Damit kommst du schnell zum Stillstand, unabhängig davon, wie viele Kinder- oder Einkaufstaschen du auch dabei hast. Neugierig auf diesen Klassiker? Das Babu Big? Schaue auf babu.de slash big